Hallo Leute, mein Name ist Peter Dekelau und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein kleines Reaction-Video, der erste Folge mit den Reaction-Videos hier. Und ja, ihr habt schon mitgekriegt, Larry hat ein neues, äh, fast ein älteres Video hochgeladen mit dem Titel. Help mir endlich mit paar Leerzeichen dran hier. Sieht mal genau wie ein Leerzeichen, das sieht ja schon ein bisschen scheiße aus hier. Okay, in 3, 2, 1, go. Radio 106 live, hier spricht, uuuh, einmal klappen, Leute, Late Night, Late Night, uuuh. Get up. Das sieht ein bisschen komisch aus. Hi. Krass, 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 krass. Ich habe so einen Kanal entdeckt. Als ob du die jetzt so heute gesehen hast. Hast du da noch nichts von gesehen? Ja, Hans. Dieser Kanal, äh, äh. Bist du bereit für die Furry-Wegehen? Scheiße, nee. Okay, let's go. Machen Sie mal die Tür auf. Ja, roll. Stell dir mal vor, keine Ahnung, du willst einfach etwas abholen, ne? So ein Paket, was dein Nachbar angenommen hat. Und dann stehen da fünf Furries. Alter. Als ob man das so der Vermieterin sagt, so, ich habe jetzt keine Zeit, wir haben hier ein Casting, verpissen Sie sich mal bitte. Schade, Mann. Also, die kann mir doch nicht... Hallo, der Menschenskinder. Das werde ich wohl auf Teufel komm raus verhindern. Du Knalltute. Bumm. Guck mal, wie der Hund kommt. Arme Furry. Warum schaut ihr eigentlich immer so Psycho, diese Expertin? Verständlich, dass diese Leitung geteilt war, als die Menschen im Kürkos Trim gesehen hat. Ihr werdet zu unbegräuert war, alle die Zufolkungen übertrieben. Die Kürkos Trim-Frauen gelassen sich, dass man anscheinend nicht aus der Ruhe bringen. Und das ist auch gut so. Was? Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ich mache mich doch nicht nur für so ein kuppeliges Fick. Gehst du mal aus dem Affen, ey? Ja, weil du eine Kuh bist. Du bist ja kein Affe. Also alles, was ich verstanden habe, ist mu 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 mu. Das ist hier eine Nichtraucher-WG. Im Ernst? Ja. Du, sorry, aber dann. Ciao, man. Das ist... Als... Jetzt setzt du diese Maske ab. Auf einmal ist es Samuel Jackson. Was macht der Typ? Fächert er ihr Luft zu? Das ist so ein richtiger Bimbo. Nee, der ist vom Beruf her Bimbo. Das ist ein Beruf. Die können einfach weiter rumlaufen, wie sie lustig sind. Hört doch mal auf. Bonk. Boom. Boom. Oh mein Gott, die ist da. Du bist ein netter Typ, aber singen never ever irgendwo. Das einzige, was du machen kannst, ist vielleicht so im Karneval als Enttäuschung gehen oder so. Ich werde schon dafür sorgen, dass die in den Knast wandern. Aber wofür denn? Den Knast. Die sind da in Tierkostümen in der Wohnung. Fairies. Süß. Ist ja super interessant, dass sie die Realität aber trotzdem trennt. Weil es ist doch immer noch die gleiche Realität, in der man dann ist. Man wechselt halt seinen Charakter irgendwie. Bruder, was ist hier los? So los. Oh. Ich versuch bei der mal mein Glück. Yeah. Bruder, versuch mal lieber nicht dein Glück. Oh, so. Finde ich witzig. What's on the Fox? Ja. Deshalb kommt wahrscheinlich keiner zu unserer Party. Und jetzt? Na ja, dann müssen wir halt alleine feiern. Yeah. Genau. Jetzt erst recht. Digga, was ist das für eine Party? Das ist der Typ. Komm, ich hätte das Meme, dieser Typ, wirklich. Was. Sa. Verriert einfach wieder. Yeah. Party. Nicht. Ach. Weiß. Hört mir auf nach der Gäffe. Yeah. Party. Party. Ich tanze den Käse. Ich tanze den Käse. Was. Sa. Was haben die denn angestellt? Habt ihr Tomaten auf den Augen oder was? Nein. Los, Dali Dali. Sagt die zur Polizei. Deskneem, Dali Dali. Ja, die würde ich direkt festnehmen. Willkommen zu einer weiteren Folge. Mario Party 2. Ich tanze den Käse. Das ist doch illegal. Nein. Hey, ohne Witz mich fucken, das ist ab bei YouTubern, wenn manches tausendmal lauter ist als das andere innerhalb eines Videos, ne? Aber nicht mal das Fernsehen bekommt das hin. Warum sind diese Einschnitte da 30 mal lauter? Ey, sie darf gar nicht miau sagen, wenn sie nicht in ihrem scheiß Kostüm ist. Was? Nein, doch. Nein, doch. Auf einmal ist sie Hitler. Willst du, dass Mama wieder zusammenbricht? Was? Was? Er sagt, ich gehe Döner essen. Timmy, nein, es ist kein Döner, es ist ungesund. Ja! No! Hühnchen mit Reis. Ich dachte, er wollte sich Döner holen. Das ist kein scheiß Döner, du Huch. Du weißt wirklich, wie man mit Weibern umgeht, aka deine Schwester. Wir begleiten vier junge Menschen in ihrem Leben mit dem Tourette-Syndrom. Ja, Mann. Bei der eigenen Schwester mit dem Messer so, ha, Ehren-Nan. Ich geh zu. Untersteh dich, du Schöpfe. Untersteh dich. Versteh das doch, du krieg mir weh. Das ist der A. Wie stehst du? Bruder muss los. Du mich verstellen wirst. Wenn ihr Probleme habt, kommt Privatschick. Dein Vater muss ein Dieb sein. Er hat die Sterne vom Himmel geklaut und sie dir in die Augen gesetzt. Der ist durch. Der ist wirklich, der ist durch. Das saß. Hey, alles wird wieder gut, okay? Wir kriegen das hin. Weiter, weiter. Dreh dich, dreh dich. Zeig mir deinen Arsch. Zeig mir deinen Arsch. Geile. Zeig jetzt. Erstens mich flippen. Jetzt bin ich auch noch eine Schlampe. Was kommt als nächstes? Huh? Huh? Ich habe keine Lust mehr auf Romantik. Ich will geilen. Ich will lebensverändernden Sex. Lebensverändernden Sex. Was erwartet sie? Dass sie nach dem Sex auf einmal so ein anderes Lebewesen ist oder was? Verlagerung in den Wald. Pass auf. Es ist der Waldmann. Es ist der Waldmann. Das ist so ein NPC, der steht irgendwo am Wald dran mit so einem Gewand und so einer Fackel. YouTube. Punkt. Komm. Slash? Slash? Le Valley abonnieren. Ciao, Leute. Ciao, ciao. So, Leute. Das war's für heute. Wir sehen uns dann auf ein nächstes Video wieder. Und wenn es wieder heißt, Peter macht wieder mehr Action-Videos. Hier. Ansonsten. Das war's für heute. Ciao bei Larry und Vic vorbei. Der befindet sich im Endcard oder in der Videobeschreibung. Ansonsten. Ciao, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Peter, der Killer.